Ich will mal gerne eure Meinung wissen. Schreibt mir mal bitte unter diesem Video in den Kommentaren rein, wer wird das Spiel heute gewinnen? Russland oder Wels? Was meint ihr, was wird der Stand sein? Ich würde mal sagen, ich glaube unentschieden, aber wir werden mal sehen, was daraus sich entwickeln wird. Also schreiben wir mal bitte in die Kommentare, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Also ab in die Kommentare, was meint ihr, wer wird gewinnen? Russland oder Wels? Oder Unentschieden oder was? Nachdem eure Meinung zählt, ich würde mich sehr freuen. Euer Putin2.0, haut rein, euer Zocker.